Linke Flitzer. Hallo meine lieben Baufreunde. Heute wird es wieder richtig spannend bei uns hier, denn wir wollen heute ein großes Einkaufszentrum bauen. Hört mal, ich glaube der Bauleiter will eine Durchsage machen. Hallo, hallo, fang bitte mit dem Bau an. Na dann, ihr habt es gehört, es kann losgehen. Hat doch jemand gehubt. Ach so, die Blecke sollen abgeladen werden. Der Kranführer muss aber erstmal einen Helm aufsetzen. Ohne Helm wird das nichts, denn Sicherheit geht doch immer vor. So, und der nächste bitte. Das wird ein dreistöckiges, modernes Einkaufszentrum werden, mit vielen Spielzeuggeschäften. Einen Laden mit Süßigkeiten wird es auch geben. Kommst du uns mal besuchen, wenn alles fertig ist? Und weiter geht's mit dem nächsten Block. Ja, wir kommen da schon. Der Transporter kann ziemlich schwere Sachen transportieren. Das sieht wirklich gut aus. Jetzt haben wir schon die erste Etage fast fertig. Nein, das ist der falsche Block. Bitte mal, die zweite Etage ist auch schon fast fertig. Hoch mit dir. Weißt du was? Das nächste Mal werden wir einen Vergnügungspark bauen. Ja, ich bin auch schon total aufgeregt. Sei doch einfach wieder mit dabei und dann kannst du helfen. Jetzt müssen wir aber weitermachen. Jetzt kommt gleich die dritte Etage dran. Das machen wir echt spitze. Zusammen sind wir ein klasse Team. Fast fertig. Super. Der Kranführer muss sich richtig gut konzentrieren. Denn stell dir mal vor, so ein Block fällt runter. Eieieiei. Das wäre gar nicht gut. Und es könnte sich doch auch jemand verletzen. Also, höchste Konzentration bei der Arbeit. Schau, es fehlt nur noch ein Block. Oh, das ist aber der falsche. Bitte noch ändern. Super. Jetzt hoch mit dir. Hurra. Wir sind fertig. Was für ein tolles Einkaufszentrum. Und schau mal, da sind schon die ersten Kinder reingerannt. Hallo. Jetzt kann der Kranführer eine kurze Pause machen und seinen Helm wieder abnehmen. Jetzt wird es Zeit, mit dem Presslufthammer zu arbeiten. Das ist keine einfache Aufgabe. Man muss richtig stark sein und wissen, wie man den Hammer hält. Damit auch nichts passiert. Auch hier geht Sicherheit immer vor. Mit Helm und Kopfhörern. Sonst hätte der Bau arbeitet demnächst nichts mehr. So laut ist der Presslufthammer. Hast du gehört? Gerade kam die Durchsage, die Straße zum Einkaufszentrum fertig zu machen. Na, dann fangen wir doch gleich damit an. Siehst du? Die Asphaltiermaschine legt bereits den trockenen Asphalt über den gerade gestrichenen Sand. Das geht richtig gut. Und jetzt brauchen wir die Spezialmaschine, um alles zu glätten. Na klar. Für diese Arbeit brauchen wir die Walze. Die ist richtig schwer. Dadurch wird sie mit Leichtigkeit mit dieser Aufgabe fertig. Frau Groß fährt einfach ein paar Mal hin und her mit der großen, dicken Walze. Und schon ist alles glatt und fest. Jetzt kommen gleich die weißen Streifen. Ganz genau. Die Straßenmarkierungsmaschine macht die weißen Streifen auf die Straße. Damit wird die Straße in zwei Fahrbahnen unterteilt. Super Arbeit. Schau mal. Gleich ist die Straße fertig. Und nach dem Trocknen können die ersten schon drauf fahren. Partner, das macht richtig Spaß mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Aber für heute sind wir noch nicht fertig. Ich glaube, der Bauleiter wird auch gleich noch mal durchrufen und eine Durchsage machen. Hallo, hallo. Ich danke allen, die heute so schnell gearbeitet haben. Wir liegen sehr gut im Zeitplan. Wow, schau. Wir haben heute so viel geschafft. Da haben wir uns die Pause wirklich verdient. Und mit Musik macht es immer mehr Vergnügen. Schau mal. Der Architekt hält schon einen Plan in der Hand. Ich glaube, das ist der Plan für den Vergnügungspack. Juhu. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht. Also, Kleiner, mach dich bereit. Und bis morgen. Wir sehen uns. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme. Bis zum nächsten Mal. Linke Flitzer. Hallo, mein Freund. Komm, lass uns zusammen auf dem Bau arbeiten. Weißt du, wo wir als erstes helfen können? Der Handwerker dort hinten, auf dem Dach, der braucht Dachziegel. Diese können wir ihm reichen. Los geht's. Hoppla. Gefangen. Hey, mach etwas vorsichtiger, sonst gehen alle Ziegel noch kaputt. Komm, noch einen. Und ab. Geschafft. Oh, ich hoffe, dieser Ziegel ist keinem auf den Kopf gefallen. Hier, hast du noch einen. Na ja, vielleicht brauchst du einfach nur eine Pause. Oh, ich sag mal, schläfst du bei der Arbeit, Partner? Konzentrier dich doch besser. Oh, hör mal zu. Da klingelt das Telefon. Es kommt eine Durchsage vom Bauleiter. Hallo, hallo, hallo. Es müssen sofort alle nicht benötigten Materialien auf der Baustelle aufgesammelt werden. Hey, du kleiner roter Schaufelbagger da hinten. Fahr mal durch die Baustelle und überprüfe, ob alle Gegenstände eingesammelt wurden. Na, das ist doch genau die richtige Arbeit für uns, Partner. Lass uns loslegen. Hier sieht es wirklich gut aus. Hm, nichts, was rumliegt. Ich sehe nichts. Lass uns noch einmal nachsehen. Und wieder zurück. Wir müssen wirklich sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Hm, also hier hinten ist alles toll. Na, dann wird es Zeit, das Haus anzumalen. Hier ist Maler. Schwipp, schwapp. Gleich legt er los mit einer schönen roten Farbe. Für diese Arbeit nimmt er eine spezielle Farbrolle. Das sieht doch klasse aus, nicht wahr? Wir wollen das Haus noch lustiger anmalen. Wie wäre es mit einem gelben Streifen? Das sieht doch hübsch aus, findest du nicht auch? Und jetzt nehmen wir noch etwas blau. Und jetzt noch ein bisschen lila. Und was hältst du, wenn wir einfach noch ein bisschen orange nehmen? Das sieht bestimmt richtig schön aus. Ein kleiner Regenbogen am Haus. Grün darf natürlich auch nicht fehlen. Wow, das ist mal was ganz anderes. Dann kriegt man gleich richtig gute Laune. Siehst du den Handwerker mit der Rüttelplatte? Hast du schon seine riesigen Kopfhörer entdeckt? Die braucht er unbedingt während der Arbeit, damit er nicht taubelt von dem Lärm der Maschine. Schau mal, auf unserer Baustelle sind alle richtig fleißig am Arbeiten. Und keiner macht Blödsinn. Jetzt müssen wir zu den Eisenbahnschienen. Hörst du schon die Durchsage? Achtung, Achtung, Achtung. Bitte sofort die Eisenbahnschiene überprüfen. Na, das machen wir doch sofort. Wow, schau dir mal diese Maschine an. Diese befestigt die Gleise, damit die richtig fest sind und der Zug in einer hohen Geschwindigkeit durchfahren kann. Natürlich, ohne dass etwas passiert. Weißt du was? Diese Maschine ist richtig schwer, Kleiner. Und auf diese Maschine hier wird gerade Sand eingeladen. Das ist eine super Fördermaschine. Siehst du? Der Bauarbeiter schaufelt einfach nur den Sand rein und schwupp landet dieser schon im Wagen. Oh, schau, da ist ein gelber Flieger. Hallo! Oh, ich war gerade nicht bei der Sache. Was müssen wir machen, Partner? Ach so, wir müssen den Sand in den Tunnel bringen. Na dann, los geht's. Oh, wow. Schau mal, ein richtiger Zug. Die Bauarbeiter haben eine super Arbeit gemacht. Jetzt können schon die ersten Züge durchfahren und die Menschen schneller von Stadt zu Stadt bringen. Oh, und sieh mal, da kommt auch schon ein Schnellzug. So schnell wie ein Blitz, was? Schau mal, in das Haus, welches wir gebaut haben, sind bereits die ersten Bewohner eingezogen. Und die Kinder winken uns, siehst du es? Sie spielen gerade verstecken und springen durch das ganze Haus. Wie lustig. Oh, sieh mal, dem Kranführer ist nun eingefallen, dass er einen Helm aufsetzen muss. Richtig so. Sicherheit geht immer vor. Das war gerade etwas leichtsinnig von ihm. Hey, liebe Bauarbeiter, wollt ihr euch nicht mal eine Pause gönnen? Schau mal, wie wild die tanzen. Ich glaube, die haben richtig viel Spaß. Der Feierabend rückt immer näher. Komm, lass uns dem Schaufelbagger noch etwas helfen, damit dieser schneller mit dem Loch fertig wird. Und dann fahren wir auch nach Hause und ruhen uns aus. Hey, geschafft. Kipper, wo bist du? Ja, jetzt kannst du ablasen. Der Bulldozer wartet doch schon auf dich. Und jetzt, Bulldozer, schieben. Rein mit den Steinen in das riesige Loch. Puh, geschafft. Kleiner, danke für deine Hilfe. Komm doch morgen wieder auf unsere Baustelle. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme. Bis zum nächsten Mal. Linke Flitzer. Hallo Kinder. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Hier kommt auch schon unsere erste Aufgabe. Hallo, hallo. Hier spricht der Bauleiter. Fangt bitte gleich mit dem Bau des Hauses an. Ja klar, das machen wir doch gerne. Seht nur, der Kranführer wartet schon auf uns. Mit seinem Kran kann er sehr schwere Lasten heben. Wie diese Blöcke hier. Zuerst muss er aber noch den Helm aufsetzen. Wie ihr wisst, Sicherheit geht immer vor. Und ohne Helm kann schnell etwas passieren. Da fällt etwas auf den Kopf. Und die Person kann sich lebensgefährlich verletzen. Legen wir los. Wir haben eine Menge Blöcke vor uns. Ja gleich, wartet doch noch. Wir werden wohl etwas schneller arbeiten müssen, wenn wir heute noch fertig werden wollen. Dieses Mal bauen wir ein dreistöckiges Haus. Ich bin mir ganz sicher, dass es fabelhaft aussehen wird, wenn wir fertig sind. Da kommt schon auch der nächste Block. So, Herr Kranführer. Und gleich bitte hochziehen. Super macht das unser Kranführer. Schau, die Hälfte der Arbeit ist schon fast geschafft. Was würden wir nur ohne den Kran machen? Wie würden wir dann die schweren Blöcke heben? Hm, wahrscheinlich gar nicht. Weißt du was? Das nächste Mal mit ein wenig Übung bauen wir ein zehnstöckiges Gebäude. Das wird lustig werden. Oh, schau mal. Da sitzt ein Vogel auf dem Kran. Das ist ja niedlich. Wir sind fast schon fertig. Den sechsten Block heben wir jetzt hoch. Super macht das unser Kranführer. Weißt du was? Wir kommen richtig gut voran. Und sieh, der Vogel beobachtet uns immer noch. Ich glaube, er fühlt sich richtig wohl bei uns. So, und da kommt auch schon der siebte Block drauf. Richtig fix geht das hier. Jetzt bleiben noch zwei Blöcke übrig. Bald werden hier viele Familien mit ihren Kindern einziehen. Weißt du was? Ich habe auch gerade Lust bekommen, in so einem schönen Haus zu wohnen. Sieh nur, der letzte Block wird gerade angefahren. Bitte einmal hochziehen. Super, wie das klappt. Und schau, gleich ist das dreistöckige Haus fertig. Hurra, wir haben es geschafft. Das war eine sehr gute Arbeit. Jetzt kann sich der Kranführer auch mal etwas ausruhen, nicht wahr? Jetzt schauen wir mal, wie die Arbeit mit dem Presslufthammer vorankommt. Oh, da ist es ganz schön laut. Was? Mit dieser Maschine muss man auch wirklich vorsichtig sein. Schau mal zu Herrn Rumpel mit seiner Rüttelplatte. Ui, 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 ui. Da braucht der Rumpel richtig viel Kraft, um diese Rüttelplatte festzuhalten. Weißt du, was der Rumpel da genau macht? Genau, Kleiner, den Sand oder die Erde feststampen. Dort, wo die große Walze nicht hinkommt. Wenn das nicht gemacht wird, wird der Fußweg mit der Zeit brüchig werden. Und es muss wieder von vorne gebaut werden. Super, was? Beide müssen auch unbedingt ihren Helm und ihre Ohrschütze tragen. Hallo, hallo. Räumt bitte alle rumliegenden Steine zusammen. Ha, das ist genau die richtige Aufgabe für den roten Bagger. Allihop. Siehst du, Der erste Stein ist schon drin. Der rote Bagger ist klein und damit kommt er überall hin, wo der große Schaufelbagger nicht durchkommt. Was machen wir denn jetzt mit den großen Steinen? Genau, die kommen in das große Loch, welches noch zugemacht werden muss. Rein mit euch! Diese Aufgabe übernimmt der Volldoser. Der schiebt die Steine rein. Der kleine Bagger hat noch viel Arbeit vor sich. Hm, weißt du, warum hier eigentlich so ein großes Loch entstanden ist? Ah, genau! Die Erde wurde auf der Baustelle an einer anderen Stelle gebraucht. Schau mal, da hat der kleine rote Bagger schon wieder Steine gefunden. Und die bringt er jetzt wieder zum Loch. Bulldozer, wir sind da! Bitte abladen! Und du, lieber Bulldozer, schieb es rein! Ja, genau so! Kleiner, hat es dir bei uns gefallen? Dann besuch uns doch morgen wieder! Wir freuen uns auf dich! Auf Wiedersehen! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo, Kleiner! Schön, dass du da bist! Der Arbeitstag hat schon längst begonnen! Ich stelle dir gleich mal alle vor, die hier mithelfen! Das ist Herr Meier! Er arbeitet mit dem roten Schaufelbagger! Und hier siehst du Herrn Schmidt! Er arbeitet mit dem Luftdruckhammer! Und als nächstes kommt Herr Müller! Er ist der Fahrer von dem grünen Transporter! Und der nächste hier ist mein Onkel Vanya! Er bedient die Asphaltiermaschine! Und für den Bulldozer kannst du dir jetzt eine Farbe aussuchen! Klasse! Blau sieht richtig gut aus! Herr Behrens arbeitet mit dem grünen Spezialbohrer und gräbt tiefe Löcher! Frau Lolli arbeitet mit dem Bagger und hat richtig viel Spaß bei der Arbeit! Coole Farbe, das Lila! Komm, lass uns den Kipper jetzt rot anmalen! Frau Groß, die sitzt auf der Walze! Und weißt du was? Den Transporter von Herrn Nussbaum den malen wir jetzt blau an! Spitze sieht das aus! Und dieses Fahrzeug machen wir grün! Super! Als letztes sehen wir die Rüttelplatte! Cool, nicht wahr? Jetzt hast du alle Menschen und Maschinen kennengelernt! Auf geht's! Die Technik haben wir uns gerade angesehen! Jetzt können wir auch schon auf der Baustelle mitmachen! Der Bauleiter hat uns alles aufgezeichnet, wo was hinkommen wird! Wir bauen hier ein riesiges Haus! Das wird richtig toll, sage ich dir! Zuerst machen wir die Straße! Diese Aufgabe muss nun weitergegeben werden! Hallo, hallo! Hier spricht der Bauleiter! Bitte heute die Straße fertig machen! Na klar, das machen wir doch gerne! Schau mal, die Asphaltiermaschine legt bereits den trockenen Asphalt über den gerade gestrichenen Sand! Das geht richtig gut! Jetzt brauchen wir gleich eine Spezialmaschine, um alles zu glätten! Aber zuerst machen wir eine kurze Pause! Die wird uns richtig gut tun! So! Und jetzt geht's weiter! Hallo, hallo! Hier spricht der Bauleiter! Bitte die neue Straße jetzt glätten! Ja klar, das machen wir doch gerne! Für diese Arbeit brauchen wir jetzt wieder eine Spezialmaschine und zwar die Walze! Die ist richtig schwer! Dadurch wird sie mit Leichtigkeit mit dieser Aufgabe fertig! Schau nur! Fast fertig! Frau Groß fährt einfach nur hin und her! Ganz genau! Sie fährt einfach ein paar Mal hin, also nach vorne mit der Walze und wieder zurück mit der Walze und dann ist alles glatt und fest! So, eine Pause haben wir uns verdient! Und mit Musik macht das alles viel mehr Spaß! Weißt du, die Arbeit ist nämlich richtig anstrengend hier! Und mit etwas Musik geht einfach alles viel leichter! Jetzt geht's aber weiter! Vorwärts! Und natürlich noch einmal zurück! Cool, dass es so eine Technik heute gibt! Damit lässt sich vieles richtig schnell erledigen! Und weißt du was? Wir sind echt spitze! Schau mal! Die Straße, die kann schon bald befahren werden! Hallo, hallo! Bitte nun die Fahrbahn markieren! Na klar, machen wir das auch! Jetzt brauchen wir wieder eine Spezialmaschine und zwar die Straßenmarkierungsmaschine! Siehst du die weißen Streifen? Weißt du, warum diese wichtig sind? Genau! Um die Fahrbahn zu trennen! Eine Fahrbahn für den Verkehr weg von den Häusern und eine Fahrbahn hin zu den Häusern! Das klappt dir richtig gut! Das heißt, damit sind wir auch fertig! Schau nur! Die ersten fahren schon! Weißt du was? Jetzt gehen wir mal zu Herrn Ruppel mit seiner Rüttelplatte! Oh, ja, 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 ja! Da braucht Herr Ruppel richtig viel Kraft, um die Rüttelplatte festzuhalten! Weißt du, was die Rüttelplatte eigentlich macht? Genau! Sie stampft den Sand oder die Erde richtig fest! Und zwar dort, wo die große Walze nicht hinkommt! Wenn das nicht gemacht wird, wird der Fußweg mit der Zeit früchig und es muss wieder von vorne gebaut werden! Super! Was? Schau nur unseren Herrn Rumpel an! Ich glaube, der hat auch richtig viel Spaß! Weißt du was? Jetzt müssen wir noch überprüfen, ob wir die Straße gerade gebaut haben! Dafür haben wir wieder natürlich spezielle Messinstrumente! Das machen unsere zwei hier! Siehst du das schon? Die messen gerade! Wie toll! Sie sagen, dass die Straße richtig gerade gelungen ist! Das war heute ein klasse Tag! Wir haben viel gelernt und gearbeitet! Weißt du was? Komm doch bald wieder, Kleiner! Ich freue mich auf dich! Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo mein Freund! Willkommen auf unserer Baustelle! Magst du uns beim Bauen heute helfen? Spitze! Dann lass uns gleich loslegen! Hier, sieh mal! Hier haben wir einen Bulldozer! Den brauchen wir um richtig schwere Materialien zu bewegen! Und hier? Hier fährt gerade der Kipper ran! Den füllen wir gleich mit Erde auf! Der Schaufelbagger hat schon auf den Kipper gewartet! Hast du so eine Maschine schon einmal gesehen? Mit dem Bohrerer vorne dran haben wir die Möglichkeit in der Erde nach Wasser zu bohren! Weißt du? Auf einer Baustelle braucht man richtig viel Wasser! Der kleine rote Bagger ist auch bereit mit der Arbeit zu beginnen! Und schau! Der Mann auf dem Kran ist ganz schön heiß! Er sucht gerade nach einem Peppi um seinen Kopf vor der Sonne zu schützen! Oh! Hast du den grünen LKW entdeckt? Der hat uns Blöcke gebracht! Diese brauchen wir unbedingt! Um mit dem Hausbau zu beginnen! Oh! Und schau mal zu den Gleisen! Diese Maschine befestigt die Gleise richtig fest! Damit der Zug in einer hohen Geschwindigkeit durchfahren kann! Ohne dass etwas passiert! Spannend! Nicht wahr? Gleich zeige ich dir noch mehr! Oh! Es klingelt! Hallo! Hier spricht der Bauleiter! Sofort bitte das große Loch wieder zugraben! Hm! Ja! In diesem Fall brauchen wir wieder unbedingt den Bagger! Sonst wird das heute nichts! Mit der Schaufel vorne dran kann er auf einmal richtig viel Erde passen! Und diese auf den Kipper laden! Was denkst du? Warum gibt es auf der Baustelle große Steine? Schau mal! Der Kipper lädt noch mehr große Steine aus und diese können dann das riesige Loch schneller zumachen! Bulldozer! Jetzt bist du dran! Schieben! Das Loch ist so groß dass wir wohl noch richtig viele große Steine und ganz viel Erde brauchen werden! Auf der Baustelle arbeiten bei uns hier sehr gut ausgebildete Menschen! Schau! Der Baggerführer ist ein Profi auf seinem Gebiet! Mit Leichtigkeit hebt er die Erde in den Kipper! Oh! Ich würde auch so gerne mal mit einem Bagger arbeiten! Und der Kipper ist auch schon voll und kann wegfahren! Hey Bulldozer! Jetzt bist du wieder dran! Los geht's! schieben! Wir werden wohl noch eine Ladung brauchen! Auf geht's mit dem Kipper wieder zum Schaufel Bagger! Das Loch ist wirklich sehr tief! Aber weißt du was? Wir kommen richtig gut voran! Stell dir mal vor wir hätten keinen Bagger! Dann müssen wir mit Schaufel graben! Und zwar sehr lange! Wir laden ab bitte vorsichtig rein mit euch und der Fahrer des Bulldozers meint das ist genug super das haben wir gut gemacht und der Bauleiter meint auch dass wir das super gemeistert haben Hallo hallo bitte weiter nach Wasser graben wir benötigen noch viel mehr Wasser hier Wett gemacht der Bauleiter das kriegen wir schon hin Schau die Maschine die beginnt auch schon zu bohren hier gibt es laut zart viel viel Wasser also ran an die Arbeit das Wasser brauchen wir für die Häuser die hier gebaut werden die Menschen werden viel Wasser benötigen doch es sieht sehr gut aus kannst du dir vorstellen wie wir ohne den Spezialbohrer so tief in der Erde graben könnten ich habe keine Ahnung es wäre auf jeden Fall ziemlich kompliziert hier machen wir auch noch ein Loch hin das sieht jetzt wird Ich glaube, für heute sind wir fertig. Hey, es war richtig schön mit dir. Komm morgen wieder. Auf Wiedersehen.